Die Schachtel, eine flache Schachtel, die sich öffnet, damit der Hörer nicht so feiert. Und? Es ist irgendwas Tolles drin. Ey, halt, das ist ja toll. Oh, Wahnsinn. Oh mein Gott. Es ist gelb, es ist schwarz, es ist weiß. Es sind... Es ist sogar in schwarz, Wahnsinn. Was sind das, Taschen? Ich kann nicht verraten. Aber erstens für unsere Hörer, nein, nein. Ne, es sind keine Taschen. Sondern T-Shirts, da auch sind Taschen. Taschen. Also wir haben Biertaucher-Taschen bekommen. Das sind Damenoberteile. Aber sie, wie willst du denn? Halt mal das in die Kamera. Biertaucher-Taschen. Ja, Biertaucher-Taschen, bitte, ab heute ist Pflicht, dass jeder das ständig trägt. Ja, das ist schon komplett klar. Ich werde in der eine Schulter die Tasche tragen und in der andere...